Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 13. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Das ist anders als im westlichen Horoskop. Vor ich starte, möchte ich nochmal die Raunächte erwähnen. Ich habe über diese geheimnisvolle Raunächte ein Video gemacht, wo ich genau erkläre, was das bedeutet. Diese Video habe ich nicht veröffentlicht. Es besteht aber die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link kostenlos zu diesem Video. Und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-dendera-susanna-medici.com Das hat mit Beratungen gar nichts zu tun. Ihr bekommt diese Video gratis. Am 25. Dezember steht energetisch in Verbindung zum Januar 2019. So wie der Tag verläuft, so übertragen wird die Energie zum Januar. Und so verläuft das zwölf Tage lang. 26. Dezember steht zum Februar in Verbindung. 27. Dezember zum März in Verbindung. 28. Dezember zum April in Verbindung. 29. Dezember zum Mai in Verbindung. 30. Dezember zum Juni, 31. Dezember zum Juli, 1. Januar 2019, steht in Verbindung energetisch zum August 2019, 2. Januar zu September, 3. Januar Oktober, 4. Januar November, 5. Januar Dezember 2019. Hier ist schon mal eine Verbindung. In diesen zwölf Rauhnächten mache ich jeweils ein Ritual. Immer zu den einzelnen Monaten. Und jeder Ritual entspricht anderen Themen. Themen wie Finanzen, anderes Mal, Beruf, Berufung. Und dann wiederum Liebe, Partnerschaft oder Gesundheit oder Familie. Und ich habe eine Liste gemacht über den einzelnen Themen. Fragt bitte nach, ihr bekommt diese Liste. Dann könnt ihr orientieren, überlegen, sagt es euch zu oder möchtet ihr da gerne teilnehmen. Und wählt eins aus. Und bei diesem Ritual Teilnahme beträgt mein Honorar 10 Euro pro Ritual. In diesem Tag, beginnt mit 25. Dezember und endet am 5. Januar, werde ich jeden Tag ein allgemeines Orakel veröffentlichen in meinem anderen Kanal. Und das heißt Venezianisches Liebesorakel. Und jeden Orakel beschreibe ich, was kommt in einzelnen Monaten. 25. Dezember veröffentliche ich ein allgemeines Orakel für Januar. 26. kommt ein Orakel für Februar. 27. Dezember kommt ein Orakel für März. 28. Dezember für April und so weiter. Durch den einzelnen Monaten ergibt das Ganze dann ein Jahr. Und jetzt zu dem heutigen Tageshoroskop. Astrologisch gibt es zwölf Häuser. Ich komme mit diesem Begriff nicht klar. Und ich benutze das auch nicht. Für mich ist das eins. Und wie ein Haus in verschiedenen Räumigkeiten. Und jeder Bereich entspricht mir einem Lebensbereich. Und diese zwölf Lebensbereiche haben immer einen Bezug zu den einzelnen Tierkreiszeichnen. Die erste Lebensbereich, was unserem Selbst symbolisiert, hat Analogie zum Tierkreiszeichnen Wider. Die zweite zu Tierkreiszeichnen Stier. Die dritte zu Tierkreiszeichnen Zwillinge. Die vier zum Krebs. Und dann kommt Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann. Und endet mit dem zwölften Lebensbereich mit Tierkreiszeichnen Fisch. Also das heißt, es besteht eine Verbindung. Analogie genauso wie bei diesem Raunächte. Die einzelnen Tage stehen in Verbindung zu den einzelnen Monaten. Also es sind zwölf Lebensbereichen. Und dort, wo ich die Karten ausgelegt habe, da fließt die Energie. Das ändert sich aber Tag zu Tag. Es bleibt nichts stehen. Es ist ein Wandel. Es ist eine ständige Bewegung. So wie hier das steht, symbolisiert die Sonnenaufgang. Weil naturgemäß beginnt der Tag mit Sonnenaufgang. Und genau das symbolisiert der erste Lebensbereich. Und hier befindet sich die Tierkreiszeichnen Skorpion. Dann folgt die Tierkreiszeichnen Schütze und steht im zweiten Lebensbereich, was die Finanzen betrifft. Aber nicht nur die Finanzen, sondern auch die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl. Dann ganz unten, und das ist der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang. Ich vergleiche das immer mit einem Baum. Das wäre dann die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verankert. Hier haben wir das Gefühl Sicherheit und Stabilität, weil es gibt uns Halt. Und das ist die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Aber symbolisiert auch unser Zuhause. Und dann, der sechste Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wir können dann arbeiten, wenn wir gesund sind. Und die zwölfte, der geheimnisvolle Lebensbereich, hat mit Karma etwas zu tun, mit Geheimnissen etwas zu tun, mit Tiefpsychologie etwas zu tun, das Verborgenen. Und hier sind auch die geheime Feinde. Also hier fließt die Energie an das andere Lebensbereich, ruht sich momentan. Aber wie ich schon sagte, das ist eine ständige Bewegung. Natürlich dreht sich das alles im laufenden Tag. So wie die Erde dreht sich, das ist die Rotation, das hängt auch zusammen. Aber für mich ist wichtig, mit welcher Energie starten wir. Welche Energie beginnt der Tag? Und das ist hier in diesem Bild sichtbar. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreis, zeichnen Skorpion, im Osthorizont auf und hier befindet sich die Sonne. Ganz logisch, Sonnenaufgang. Mond befindet sich in Tierkreis, zeichnen Wassermann. Und es ist hier im tiefsten Punkt des Horoskopes, wo wir dieses Bedürfnis haben, nach Sicherheit und Stabilität. Dieses Bedürfnis nach Halt. Und das symbolisiert nicht nur unsere Herkunft oder Traditionen, sondern auch unser Zuhause. Hier wird dieser Bereich aktiviert durch diese Mondenergie. Mars befindet sich auch hier in diesem Lebensbereich, in Tierkreis zeichnen Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreis zeichnen Skorpion, im ersten Lebensbereich. Jupiter auch, zeigt unsere wahre Größe. Aber Jupiter hat mit göttlicher Gerechtigkeit auch etwas zu tun. Ursache und Wirkung. Und belehrt uns, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer auf uns zurück. Das ist die Weisheit Jupiters. Aber es gibt auch Ungerechtigkeiten. Und da öffnet sich Jupiter unserem Blick, unserem Auge. Venus befindet sich im Geheimen. Und das ist hier in diesem zwölften geheimnisvollen Lebensbereich. Das kann eine geheime Liebe sein. Kann auch bedeuten, dass es besser unserem Liebesleben im Geheimen halten. Kann auch bedeuten, dass jemand vertraut etwas und erzählt etwas über die Liebe. Aber bei Venus Energie geht es auch um Frieden. Also hinter den Kulissen sind auch Vereinbarungen, Treffen und Kontakte um das Weltfrieden. Saturn ist der Planet der Schicksal, der Planet der Karma und der große Lehrmeister und belehrt uns. Und die Saturn-Energie fließt hier im zweiten Lebensbereich. Das hat mit Wertewertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen etwas zu tun. Das ist gerade unsere Lernaufgabe und vermittelt wird durch die Tierkreiszeiten Schütze. Uranus ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bremst. Besonders in beruflichen Situationen. Und das spüren die Wiedergeborenen hier bei der Arbeit. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch karmischen Themen. Die alte karmische Erinnerung vermittelt die Steinbock. Und die neue Richtung, die Suche nach Aufgaben des Platzes des Lebens, das ist die Richtung Tierkreiszeiten Krebs. Neptun befindet sich in Tierkreiszeiten Wassermann. Neptun sind unsere Träume, Visionen. Und mit Neptun-Energie können wir uns inspirieren lassen. Aber manchmal ist es so undurchschaubar. Pluto befindet sich in Tierkreiszeiten Schütze. Das ist die inneren Kraft. Und hier handelt es sich um Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, das zu verlangen. Weil das gibt uns die inneren Kraft. Aber bedeutet auch konzentrieren auf die Finanzen. Die heutige Engel nach Kabbalah ist Engel Sealiach und hat die Zahl 45. Engel, der treibende Kraft hinter allen Dingen. Schutzpatron, die vier Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Gibt uns Hoffnung. Weckt uns die Begeisterung. Hilft bei Herz- und Kreislaufkrankheiten. Stärkt unsere Konzentration. Gibt uns Kraft und Ausdauer. Motiviert uns. Hilft bei gerechterweise Handlungen. Gibt einen neuen Schwung. Schenkt uns Lebenskraft. Öffnet unserem Herz für die Liebe. Dieser Engel steht in Verbindung zu der Sonne. Steht in Verbindung zum Wasserelement und steht in Verbindung zum Tierkreiszeichnen Skorpion. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Mond befindet sich in einem Mondhaus. Was auch die Tagesbewegung des Mondes symbolisiert hier in Tierkreiszeichnen Wassermann. Und dieser Mondhaus heißt Danishtar. Übersetzt bedeutet Grenzgebiet. Im Grenzbereich zwischen Steinbock und Wassermann. Und Steinbock symbolisiert die Himmel auf die Erde bringen. Und Wassermann symbolisiert Streben hinauf zu den Sternen. Und wenn wir das betrachten, das ist eigentlich dasselbe Energie. Das ist ein Prozess. Dieser Mondhaus zeigt einen alchemistischen Prozess. Das ist Transformation. Und wenn wir unsere Ängste loslassen und unsere Gefühle transformieren können, dann kommt auch das Glück und können wir Himmel auf die Erde bringen. Das ist die Aussage dieser Mondhaus. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Raunechte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben. Es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zum Erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritual-Set besteht aus einer Ritual-Kerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halb-Edelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zum Nützen für euch persönlich oder wollt ihr jemanden beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasuzanna.medici.com Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.